Hallo, mein Name ist Martin. Ich bin Schweizer und ich liebe mein Land. Aber es ist bedroht. Bedroht von der Durchsetzungsinitiative. Warum? Das möchte ich euch am Beispiel meiner guten Freundin Schari erklären. Schari ist hier geboren, engagiert sich politisch und sie steht kurz vor ihrer Einbürgerung. Die Durchsetzungsinitiative würde sie dennoch automatisch abschieben. In ein Land, das Schari noch nie zuvor gesehen hat. In dem Frauen weniger Rechte haben und dessen Sprache sie nicht spricht. Ich frage mich, wieso? Nur weil Schari eine hohe Arztrechnung irrtümlicherweise von ihrer Versicherung zweimal zurückerstattet bekam und diese nicht fristgerecht gemeldet hat? Deswegen muss Schari gehen? Das darf nicht sein. Solche Willkür müssen wir verhindern. Sonst könnte schon bald über ein Viertel unserer Mitmenschen von der automatisierten Abschiebung bedroht sein. Denn jeder macht mal einen Fehler. Unser Land, so wie wir es kennen und lieben, ist von dieser Initiative bedroht. Deswegen geht am 28. Februar 2016 zur Abstimmung und sagt Nein zur gefährlichen und übertriebenen Durchsetzungsinitiative. Denn Schari muss bleiben. Ich engagiere mich auch auf Facebook. Diskutiere mit auf facebook.com slash nein zu dsi.